... die EOD-Bot hier diese Ausrüstung erstellen muss. Weil, selbst wenn der EOD-Bot funktionieren würde, so wie er soll, was er nicht tut... Ey, Leute, kommt hier doch einfach rüber. Selbst dann wäre er nicht dazu da. Sagt's euch, ich schmeiß eine Granate unten rein, dass der euch aus dem Arsch fetzt, ey. Offroad. Ich bin der Einzige nicht schwarz in diesem... Los geht's. Wolle ich A setzen? Warte, warte. Radioactive ist schon direkt an der Fusen. Der kennt mich. Okay, jemand ist bei A. Ja. Danke. Ja. Bitte. Ach, verdammt. Wie ist Techniker, bin ich hier? Ich hab das angestanden, aber ich hab das mit E gedrückt, ey. 4-0, ey. Ich kann's nicht fassen. Sollte er wieder Rekord aufstellen, oder was? Ja, das schaffen wir schon nicht mehr. Rekord ist jetzt schon aufgelaufen. Dafür hätt' ihr ich nicht defused dürfen. Das tut, gell? Was soll die Planeten, das geklebt, immer hätt' ich von euch gechillt. Hier, die dominierende Macht, oder was? Wir sind USA, also, ja. USA. 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 Ja. Ich darf's nicht so oft wechseln. Ich sag's dir. Ich... Ich hab's nicht mehr weiter. Doktor-Faust. Sorry. Oder... Geh zur Straße, geh zur Straße, geh zur Straße. Zur Ausgangsstraße? Ja, zur Australisbandstraße. Da, wo haben die nicht schön? Dankeschön. Ich schieße die S-T-Gelmanen da ab. Die Opfer, ich habe eine Chevelin dabei. Armer. Und Freitle einsteigen. Oh, habt ihr den Down gemacht, ey, ihr habt keine Ahnung, das geht doch entschließt. Bitt, Aua! Er ist einer für ihn, hab ihn. Ok, ich spring raus. Hattel, 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 Hattel. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ok. Nein! Ok, er ist gesetzt. Äh, reparieren, haben wir, sorry. Verdammt, schaff ich's hier. Also ich du's wieder dran. Hattel ist tot. Alter, mir reicht's jetzt. M320! Ist wenigstens die Schwenkladung hochgegangen? Beenden, ok, mir reicht's. Ach so, das funktioniert, Magda, kann überleben, oder wie? Wir müssen, haben wir ihn noch mal retten, bitte. Oh, das ist gut, gut los! Verwärts! Kälte haben wir! Gehen! Und passt wegen diesen Abschussrampen da auf. Die gehen Luft, wenn ihr da kommt. Dann seid ihr echt tot. Wenn die Team-Sets balancet. Äh, nein. Haben wir es, ja. Sagt, wenn ihr gleich viel Zeit oder weniger weniger. Jetzt, ne Scharschätze geschossen. Jetzt kann ich drauf, oder? Eigentlich müsste ich... Bei mir ist einer drin, in dem Container da. Hey, das sollte dir helfen! Ja, da kommt die! Ah, Gott, dieser Arsch, ne? Ach, die haben von hinten welche entschärft, oder so. Ja, haben sie auch. Oh, danke! Besser ich lag's in die Luft, als irgendein anderer Gegner. Ich bin auf B. Schau mal! Ja, mit APG! Warte ich! Warte ich! Ich brauch die Munition. Ich hab kaum noch Schuss für meine... Aber wenigstens kann ich wieder runterspringen. Yeah! Pass auf, da kommt gleich ein AH-6. Also einer muss warten, gell? Da kommt gleich ein AH-6. Ja, nimm ihn! Ich hab das mit meinem Action aufgehauen! Ja, ich hab den meinen! Ja, ist der in der Wartisch. Ich hab hier... ...und auch die 26 Stops sind, oder? Das sind doch den Besten. Oh, wo ist einer? Da ist noch jemand. Da oben, auf dem Dach. Auf dem Dach ist er. Mach ihn einfach down. Ich hab noch keinen Tod diese Runde. Ich glaub nicht. Hast du Combat? Alter, die wollen mich wirklich planen. Ich hoffe, jetzt darf ich wieder nicht so oft wechseln. Nee, echt nicht. Boah, ihr seid so dreckiges Spawnraper. Das ist ganz normal. Ich hab den gekillt, sonst hätte ich's sicher gekriegt. Wenn der Typ campen will, sollte er auch schießen, bevor jemand das Ding setzt. Von wo denn? Toll, jetzt hab ich ne Schock gar nicht geplant. Das ist der Fall, dass ich dich wiederbelebt habe und kein Death auf Gewicht hast. Kein Tod. Aber gute Runde. Das ist der Fall. Elf, drei. Endlich, Mann. Ey, ich hab Rush Medal. Meine erste Rush Medal. Naja, neun. Bei den ersten beiden Bomben haben wir zu lang gebraucht.